Der Riomino bzw. Riomino ist ein 310 Kilometer langer Fluss im Nordwesten der eberischen Halbinsel. Er fließt durch die autonome Gemeinschaft Galizien in Spanien und bildet in seinem Unterlauf auf 70 Kilometern Länge die Grenze zu Portugal. Verlauf Der Riomino hat seinen Ursprung im Zusammenfluss mehrerer Quellflüsse im Pedregal de Eremia in den Bergen der Serra de Meira, einem westlichen Ausläufer des kantabrischen Gebirges in der Provinz Lugo. Anschließend fließt er zumeist in südliche und südwestliche Richtungen zwischen der portugiesischen Kleinstadt Caminha und dem spanischen Aguarde. Am Fuße des Berges Santa Triga mündet der Mino in den Atlantik. Die letzten 33 Kilometer des Flusses sind schiffbar. Nebenflüsse Der Riomino hat zahlreiche Nebenflüsse. Die wichtigsten sind der Rio Siel, der Rio Arneuer, der Rio Avia, der Rio Neira, der Rio Ladra und der Rio Bubal. Stauseen Bis zur spanisch-portugiesischen Grenze gibt es 5 Stauseen am Riomino, danach bis zur Mündung keinen mehr. Encorro de Belesa 654 Hektometer Dritte Encorro de Piers 182 Kubik Hektometer Encorro de Velle 17 Kubik Hektometer Encorro de Castrillo de Mino 60 Kubik Hektometer Encorro de Friera 44 Kubik Hektometer Orte Bedeutende Ortschaften und Städte entlang des Riomino sind die alten Bischofsstädte und Provinzhauptstädte Lugo und Orense sowie die Orte Tui und Valencia. Bekannt ist auch das am Jakobsweg gelegene Porto Marín, das dem Belesa Stausee weichen musste und 50 Meter höher neu aufgebaut wurde. Der Fluss hieß in der Antike Minios und hatte den gleichen Verlauf wie heute, führte aber mehr Wasser. Bei Valencia überquert den Fluss etwa 6 Kilometer südwestlich der Stadt eine einbogige römische Brücke, die Pontefilha von Camoziniens. Nutzung im Mittelalter wurde der Riomino als Verkehrs- und Handelsweg genutzt, auch Fischfang wurde betrieben. Bereits in römischer Zeit begann man mit dem Anbau von Rebstücken. Die Weißweine aus der Anbauregion Minio V.E. sind in Aussehen und Geschmack dem. Vigno werde vergleichbar, die 5 Stausen dienen der Flussregulierung und der Stromerzeugung. Ökologie, die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Uferzonen und die Einleitung von ungeklärten Abwässern haben zu einer erheblichen Verschmutzung des Flusses geführt. Wegen der Staumauern und der Verschmutzung gelangen kaum noch Wanderfische wie Lachse und mehr vor den Fluss aufwärts zu ihren Laichplätzen. Alle und Neunaugen gelangen nicht mehr von den Flüssen ins Meer.